Ich denke, sie können sogar auf Schneemähe hin. Was ist da im Wind? Den Selben habe ich zu Hause gearbeitet. Yo Leute, Kies, ich heiße Maurice. Heute sind wir an der Wolme mit Bruno, der Kameramann, oder? Ja. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ich würde sagen, er kennt einen Rivaldi-Rollmann. Halt es den Zentrum. So sieht das Wasser bei mir zu Hause aus. Ich glaube, es regt mich an den Wind. Was? Bist du mehr? Es ist unbequem. Wir hätten wir mal. Ich muss sagen, diese Stühle hier von Fista und von Merkel Sie müssen merken. Es sind große Stühle und diese Sofa. Ich würde mir vorstellen, hier ein wunderschöner Glastisch. Hier kannst du deinen Rebella-Austuch machen. Ich dachte, mein Angst, dass es mit 20 Kinnlöfe warst. Hast du dich auf das Sofa... Spillig! Gehen wir mal zum nächsten Möbelstück. Ich bin zwar kein Möbelstück. Ich bin hier. Gähnen wir weiter. Kehlner! 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 Ich bitte euch, bitte auf dieser Strasse ein bisschen langsamer fahren. Kehlner! Moment einmal! Da bin ich erst! Wenn euch dieses knackige kleine Video gefallen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann gibt es mehr von diesen kleinen und knackigen Videos von mir. Vielen Dank. Das war's mit diesem Video. Haut rein und ciao.